Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Digital Work Stories, dem Podcast rund um EOC von Arkadius, Sven Jendrik, Julius und Jens. Vielen Dank, Jens. Ich habe jetzt die Aufgabe, den Podcast einmal kurz vorzustellen. Wir sind vier Kollegen aus dem Umfeld digitaler Arbeitsplatz, die in der Vergangenheit schon diverse Male und in verschiedenen Situationen über den Weg gelaufen sind. Und jetzt haben wir doch die großartige Idee, wir möchten einen Podcast machen, in dem wir genau über das reden, was wir zumindest arbeitstechnisch seit vielen, vielen Jahren machen, nämlich das Thema digitaler Arbeitsplatz. Und ja, diesen Podcast wollen wir dann jetzt mal auf die Welt loslassen mit dem schönen Namen Digital Work Stories. Und ja, in den Digital Work Stories dreht es sich dann alles rund um das Thema Smartphone, Tablet, PC, Workstation, Fimcline. Es gibt unheimlich viele Geräte, die in diesen Kontext reinfallen und das halt idealerweise heutzutage auch von jedem Platz der Welt. Und daraus wird dann halt grundsätzlich der Arbeitsplatz der Zukunft gebaut. Und der hat halt keinen festen Formfaktor mehr, der hat keinen festen Ort. Er ist einfach da und soll dann halt auch genutzt werden und auch Spaß machen. Und darum soll es halt genau im Digital Work Stories Podcast gehen, um Entwicklungen in diesem Bereich, um Innovationen und ganz wichtig, es soll auch immer wieder spannende Gäste geben, die halt aus dieser Industrie und aus diesem Kontext zu Wort kommen. Bevor wir dann aber jetzt starten, wollen wir uns gerne einmal etwas näher vorstellen und dafür übergebe ich an meinen Kollegen Akadius. Ja, danke Jens für die Begrüßung und Julius für die Vorstellung des Podcasts. Dann fange ich mal an, der Erste aus der Truppe. Mein Name ist Akadius Kowczynski. Ich wohne im beschaulichen Sauerland in der Nähe von Dortmund. Wenn ich mich nicht gerade um den digitalen Arbeitsplatz kümmere, treibe ich gerne Sport, ein bisschen Crossfit in meinem Homegym. Und mag es eigentlich immer, mit meiner Frau und meinem Hund lange Spaziergänge zu machen. Ich selbst bin als Solution Engineer bei der VMware angestellt. Und wie schon gerade gesagt, beschäftige ich mich hauptberuflich mit dem Thema Digital Workspace und versuche halt, unsere Kunden und Partner im Thema Digitalisierung zu unterstützen. Im EOC-Sektor bin ich jetzt bestimmt schon 12, 13, 14 Jahre unterwegs. Also eigentlich seitdem es VDI gibt, bin ich eigentlich schnell dort angesprungen und verfolge das Thema eigentlich die letzten Jahre immer aktiv. Und ja, bin halt zum Podcast wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Kollege Julius hatte mich gefragt, ey, hast du nicht Bock mal mit ein paar coolen Leuten einen Podcast aufzunehmen? Habe ich natürlich sofort Ja gesagt und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe die Vorstellungsrunde gestartet und würde jetzt weiter an Sven-Jendrik übergeben. Ja, vielen Dank, Akadius. Ja, mein Name ist Sven-Jendrik Timmermann. Ich wohne im beschaulichen Nottensdorf, das ist im Landkreis Stade, näher Hamburg. Meine Hobbys, ja, wie soll ich sagen, ich habe auch einen Hund und drei Kinder. Ich glaube, viel mehr Zeit habe ich zurzeit nicht für irgendwelche Hobbys. Arbeiten tue ich für mein eigenes Unternehmen, die SVT Consulting EK in Horneburg. Seit wann arbeite ich im EUC-Sektor? Den ersten Kontakt hatte ich mit 4Mwareview, um da mal genau zu sein, 2007 oder so war das. Also ist schon auch ein bisschen länger her. Und wie bin ich zum Podcast gekommen? Ja, der Jens hatte irgendwann mal gefragt, ey Bock mitzumachen und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und mit diesen Worten würde ich halt auch direkt mal an Jens rüberwerfen. Danke. Jo, danke dir Sven-Jendrik und auch danke dir Akadius. Ja, ich bin der Jens Hennig, wohne hier im kleinen beschaulichen Oelde, das ist im Münsterland. Und was habe ich für Hobbys? Neben der Arbeiten ist ja zum Glück kein Hobby. Ich segle sehr gerne, das ist natürlich nicht in der Gegend von Oelde. Wir haben ja nichts zum Segeln, aber dann halt genau aus dem Mittelmeer oder auch in Holland. Und ich bin ein großer Fan des Grillens. Meine Frau schimpft über mich, aber ich habe irgendwie vier verschiedene Grille. Also ich sage mal, es ist ein Rudeltierengrill, der ist nicht gerne alleine. So wie wir auch, wir sind ja auch mehrere Leute für den Podcast, nicht gerne alleine. Für wen arbeite ich? Ich bin Partner bei der ComDivision, bin dort zuständig für alles, was um EOC-Architektur geht. Und wie lange arbeite ich jetzt schon hier in diesem EOC-Sektor? Das ist echt wirklich schwierig zu sagen. Ich weiß, dass ich mit ESX 1.9 2.0 angefangen habe und dann halt in dem ganzen Portfolio dabei war bei Formware. Und dann auch in der ersten Beta, von damals hieß es noch VDM, dabei war. Seitdem bin ich halt dann beim VDM-Schräger Horizon dabei. Und seit kurz vor der Akquise von AirWatch durch, vor allem wir halt auch im AirWatch-Feld dabei. Und habe auch sämtliche Zwischenschritte, wie ich sage mal Stichwort Projekt Octopus, auch alles mehr oder weniger lieben gelernt. Wie bin ich zum Podcast gekommen? Ich bin wirklich jetzt nicht der brillante Blogschreiber. Ja, und werden wir gleich auch noch was zu hören oder darüber diskutieren. Wir müssen irgendwas tun im EOC-Feld, in Deutschland. Und daher kann man dir, lass uns mal einen Podcast daraus machen. Und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt und meine lieben, netten Kollegen angesprochen. Und wird glücklicherweise auf große Gegenliebe gestoßen. Dazu aber dann noch wahrscheinlich ein bisschen mehr mal, oder die Sicht von dem Julius dazu. Ja, sehr gerne. Danke, Jens. Eine Frage. Einen Hund hast du nicht, oder? Einen Hund habe ich nicht. Ich habe zwei Kinder. Ja, okay. Ist auch nicht schlecht. Weil ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob quasi ein Kriterium ist für den Podcast, dass man Hund und Kinder hat. Nee, aber ich habe mehr Grills als Kinder. Das ist auch gut so. Mehr Kinder würde ich jetzt auch nicht zweierreichen. Ja, gut. Okay, mein Gott. Also, ist auch was. Nein, also, aber okay, prima. Dementsprechend habe ich ja schon gesagt, also Hund und Kinder habe ich auch, aber dazu gleich noch mehr. Mein Name, Julius Lienemann. Ich wohne im beschaulichen Karst, was in der Nähe von Düsseldorf ist. Und ja, als Hobbys ist es halt, dass ich genau in dem beschaulichen Karst immer sehr, sehr viel über die Felder laufe. Also, ich laufe sehr gerne und viel. Aber dann halt natürlich auch noch dabei, gegebenenfalls mit dem Hund und der Familie, in der Reihenfolge wahrscheinlich. Und ja, neben der Arbeit bleibt dann halt irgendwo auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, weil wir gesagt, Hund, drei Kinder, Haus, Arbeit, dann ist man eigentlich schon ganz gut so ausgelastet. Und ja, wo arbeite ich? Ich arbeite wie der Arcadius bei VMware und bin da auch im Solution Engineering unterwegs. Und ja, dementsprechend gibt es da halt schon eine Schnittmenge, wo ich da quasi arbeitstechnisch herkomme. Als ich jetzt gerade den anderen zugehört habe, habe ich mir irgendwie gedacht, ja, was hast du jetzt Tolles? Also, ich habe damals angefangen, als der Blackberry noch keine Farben hatte. Also, da waren so meine ersten Kontaktstellen zum Thema End-User-Computing, das hieß damals noch alles ganz anders. Aber Tatsache habe ich damals bei Vodafone rund um das Thema Blackberry angefangen. Erste Blackberry-Server aufgebaut, komme da so ein bisschen aus dem Messaging-Hintergrund. Und dann blieb das halt jetzt, möchten wir Messaging auch auf diesen tollen mobilen Geräten haben. Und dann hat sich das Ganze halt so nach und nach entwickelt. Sprich, ich komme halt wirklich da so eher aus der Sparte Smartphone. Gieß damals auch noch nicht so, aber das waren halt so die Vorläufer. Und dann ging es halt da immer weiter und es wurde immer spezifischer rund um die iPhones und Android-Geräte. Und dann halt natürlich auch ganz viel mit dem damaligen AirWatch und Workspace One. Und ja, dann bin ich dann doch irgendwann bei VMware gelandet und dort dann bis jetzt seit einigen Jahren hängen geblieben. Also sprich, seit wann arbeite ich im EOC-Sektor? Seit vielen Jahren. Ich glaube, so 15 irgendwie so in die Ecke, da dürfte man tatsächlich schon kommen. Ja, und wie bin ich zum Podcast gekommen? Da decken sich dann auch wieder so ein bisschen die Bilder. Er hat irgendwann mit Jens gesprochen und dann hatten wir da halt auch die Idee, beziehungsweise er hat eher die Idee. Und dann, ja, lass doch mal irgendwie da was machen, dass wir da halt versuchen, so ein kleines Medium aufzubauen, womit wir dann halt auch die EOC-Community in Deutschland vereint bekommen oder im deutschsprachigen Raum vereint bekommen. Zumindest so als einen kleinen Nenner. Ja, aber ich weiß nicht, da vielleicht Jens nochmal so rüber zu dir. Du hattest eben das Thema Community angeschnitten, dass wir da so ein bisschen jetzt dann einsteigen und einfach mal gucken, warum machen wir das Ganze denn beziehungsweise was ist denn so eines unserer Ziele? Das ist ganz lieb von dir. Danke. Und zwar möchte ich aber fast mal ketzerisch in den Raum stellen, haben wir überhaupt eine Community? Das ist nämlich, wir sind eigentlich, wir sind ein, ja, das ist, man kann ja durchaus mal mit einer gewagten These das Ganze starten. Und zwar sind wir eigentlich kein kleines Land und vor allem gerade auch, wenn es um das Thema EOC geht, sind wir auch in Deutschland wirklich richtig vorne dabei. Wir haben viele, ganz viele tolle Unternehmen, die ganz vorne dabei sind, auch technologisch. Aber leider kriegt man es häufig gar nicht mit. Und wir sind als ganzes EOC eigentlich gar nicht mal, ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn ich jetzt sage organisiert, dass man halt sagen kann, hey, wir haben jetzt hier vielleicht irgendwo mal einen Stammtisch oder dort, wo halt jeder mal seine Ideen austauschen kann oder seine Informationen austauschen kann. Und da sind wir halt in Nachbarländern halt deutlich, deutlich schon weiter. Und da ja auch die Idee, dass wir vielleicht schauen können, ob wir mit dem Podcast euch alle erreichen können und vielleicht auch vereinen können. Und so zumindest halt die verschiedensten Storys, die wir alles mitkriegen. Wir sind halt, denke ich mal, wenn ich hier für alle sprechen kann, bei den verschiedensten Firmen, bei den verschiedensten Kunden unterwegs, um so mal halt auch zu sagen, hier haben wir mal ein gesammeltes Medium, wo man halt die verschiedensten Einblicke sowohl von Kundenseite als auch von uns als Architektenseite einmal zusammenschmeißen kann. Ja, hast du voll und ganz recht. Also wenn ich da direkt eingeritschen kann, du hast wirklich komplett recht in dem ganzen Punkt. Wenn du nämlich über die Grenzen guckst, da ist EOC, da geht es rauf und runter. Da gibt es eine richtig aktive Community. Und hier in Deutschland, muss ich echt gestehen, da sind wir da in dem Punkt wirklich im Hintertreffen. Wie du auch schon gesagt hast, wir haben ganz viele tolle Kunden. Ich glaube, da spreche ich für uns alle hier, die dieses ganze Thema EOC wirklich aktiv betreiben, Riesenumgebung haben und Work from Anywhere eigentlich anbieten und was man sich ja nicht alles mit vorstellen kann. Und du dann halt wirklich sagst, okay, ja, aber wo ist die Community dafür? Und ich denke, das Ziel unseres Podcasts ist auch damit halt hier ein bisschen in Deutschland auch so ein bisschen mehr diese Community aufzubauen, weil die fehlt halt einfach. Vielleicht ergibt sich da ja auch wirklich dann noch was richtig Tolles. Und ja, wie seht ihr das, Julius? Ja, die Frage ist, woran liegt das denn, dass wir keine Community haben? Also ja, es wäre total super, wenn es die geben würde. Und das Spannende ist ja auch tatsächlich, wenn es mal irgendwie ein Event gibt, wie eine, weiß ich nicht, unsere schöne VM-World oder andere. Ja, Wimac, so Sachen. Man läuft sich ja durchaus über den Weg. Also wir, Pia oder sowas, auf diesen Events trifft man sich immer wieder. Aber selbst wenn man jetzt mal sagt, man hat, irgendwann findet ja manchmal bei Google finden Sachen statt oder sowas, dass man da mal ist. Also man trifft ja immer denselben Kreis an Leuten, so im Großen und Ganzen. Das sind dann so, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 plus x Leute. Und manchmal trägt der eine dann das Namensschildchen mit einem anderen Logo drauf, weil er dann irgendwie gewechselt hat. Aber man bleibt ja der Branche an sich relativ treu und das über Jahre hinweg. Die IT ist Dorf. Richtig, man sieht sich mehrfach. Man sieht sich mehrfach, ne? Ja, das ist genauso gut, wie es schlimm ist. Aber auf der anderen Seite ist halt aber trotzdem gesagt, man kennt sich. Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Leute, aber irgendwie einen gemeinsamen Männer, wo man dann halt sagt, so, da kommen wir jetzt mal irgendwie zusammen. Den gibt es halt irgendwie nicht. Ich frage mich eigentlich, warum ist das? Gibt es kein Forum? Gibt es nicht die richtige Plattform dafür? Also ich weiß nicht, ob da ihr eine Idee habt. Also das, was ich jetzt auch schon mal öfters persönlich erlebt habe, wie du schon sagst, wir haben viele tolle, oder wie wir halt alle gesagt haben, wir haben viele tolle Kunden. Wir haben spannende Projekte, die dazugehörigen Produkte. Und ich denke mal, ihr werdet mir dazustellen, wenn man dann wirklich auf Events unterwegs ist und dann vielleicht sich mit Leuten unterhält oder selber vielleicht Vorträge hält, da merken die Teilnehmer schon, oh cool, EOC, das hat ja doch ein paar coole Produkte, Schnittmengen, da kann man ja viel mit machen. Aber das verläuft sich dann immer schnell, ne? Man schafft es vielleicht in dem Moment, die Leute wirklich davon zu begeistern, so ein Wow-Effekt, aber was danach, ne? Und da, ich denke mal, da erhoffen wir uns auch mal mit dem Podcast, dass wir da die Leute mal einfangen, ne? Vor allem in der Community und dass wir das halt, dass wir die Message einfach nach außen rüberbringen können, was EOC eigentlich alles ist, dass da wirklich sehr, sehr viele spannende Produkte, Kunden und Themen hinterstecken. Und ja, da ist, denke ich mal, auch meine Hoffnung, wie eure auch, dass wir da definitiv mal Gehör finden, oder? Richtig. Wobei ich auch hier, das habt ihr auch nicht gesagt, aber nochmal ganz klar rausbringen möchte, ja, in diesem Fall, wenn man auf einem gewissen Level unterwegs ist, ist es im Dorf, sind es mal die gleichen Leute. Aber wir machen diesen Podcast ganz gezielt halt nicht nur für diese Leute. Also das ist für mich ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Also hier soll es natürlich schon mal um auch coole Advanced-Themen gehen, ja, aber wir möchten hier auf jeden Fall halt auch jeden mit abholen, weil eins ist ganz klar, und da hat keiner mit gerechnet, dass durch die Corona-Pandemie ist das ganze Thema EOC auf einmal richtig wichtig geworden und megamäßig explodiert, weil schlagartig, das war für uns alle irgendwie schon immer klar, dass ja zum Beispiel ein virtueller Desktop oder generell halt ein digitaler Arbeitsplatz, um darauf mal zurückzukommen, eigentlich eine tolle Sache ist und wichtig ist. Und schlagartig wird das für jeden, Lieschen Müller und für jeden anderen auf einmal auch wichtig, weil das ihre einzige Methode ist, irgendwie vernünftig arbeiten zu können und auch, ich glaube, dass viele Leute auch Gefallen daran gefunden haben, dass sie gesagt haben, das ist toll, ich kann doch von zu Hause auch produktiv arbeiten und auch sicher arbeiten. Und deswegen habe ich auch die Hoffnung, und ich bin auch ziemlich sicher, dass es so ist, dass wir in dieser Community auf einmal relativ viel großen Zuwachs bekommen haben oder die jetzt gerade damit gestartet sind. Und was das Tolle ist, was wir hier machen wollen, ist halt darüber reden. Erstmal, warum ist das toll? Was gibt es für tolle weitere Themen? Wie kann ich das, was ich jetzt gerade angefangen habe, noch vielleicht ein bisschen erweitern? Oder wo gibt es dann vielleicht auch irgendwelche Probleme? Also ich bin da mit großer Freund von auch davon zu reden, da wo liegt es auch Schatten. Also ich möchte jetzt hier weder den einen noch anderen Hersteller hochpreisen, aber ich möchte auch ganz klar einmal den Finger in die Wunde legen. Ja, das gehört auch ganz klar dazu. Und dementsprechend soll das eigentlich der Podcast für alle sein hier, die halt sich in dem Bereich arbeiten müssen oder arbeiten wollen oder auch diese Arbeitsplätze bereitstellen wollen. Stimmt, ich denke, das ist eine gute Beschreibung. Und es soll kein Nerd-Talk oder so etwas in der Art werden. Da wollen wir nicht in die Richtung gehen. Das können wir auch. Ja, das können wir auch, aber das machen wir ja mit unseren Kunden ja meistens schon. Das stimmt. Von daher, nein, nein. Also es sollte halt auch sicherlich ein bisschen das lockere Format sein. Und wie gesagt, auch da spannende Gäste ist ein wichtiges Thema. Und dass wir da halt wirklich einfach mal das Thema eingefangen bekommen und jetzt nicht erklären, ich muss Knöpfchen B an der Stelle drücken und dann hier Zertifikate und sonst was alles machen. So in die Richtung wird es sicherlich nicht gehen. Da müsste man dann nochmal einen zweiten Podcast für machen. Aber ja, ich glaube, wenn wir erstmal einfach grundsätzlich so miteinander sprechen und dann auch einfach da vielleicht gerne auch mal regelmäßig, dass das Lied vom Scheitern wiederbeleben ist, dass man sagt, hey, da kann auch mal was schief gehen und das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht so verkehrt, dass dann alle auch ein bisschen was von lernen. Richtig. Also es ist auch nochmal wichtig, dass wir halt hier, es soll nicht nur um die neuesten Minimas, Maximas sein, die irgendwo irgendwo sind. Ja, das kann jeder in jedem Blog nachlesen. Sondern wir wollen ja auch ein bisschen auf die Storys dahinter, deswegen auch der Name, Digital Work Stories, auf die Storys dahinter eingehen. Heißt das nicht unbedingt, dass jeder seinen Schwung aus seiner Jugend auspacken muss, aber durchaus gibt es hier ja manchmal auch die tollen Informationen halt, warum hat jetzt ein Kunde sich dafür entschieden oder dass man dann den Hintergrund erklärt oder warum gibt es gerade hier Probleme oder was sind halt gerade die nächsten Schritte, die jetzt irgendwo anstehen, die sich aus einer gewissen Situation vom Kunden heraus ergeben. Das heißt, das ist etwas, was ich auch mir in der Community wünschen würde, dass man da einen regen Austausch pflegt. Und das ist halt das, was wir, glaube ich, vielleicht eben gar nicht so richtig in Worte fassen konnten, wo wir gesagt haben, wir wünschen uns eine Community. Da geht es jetzt nicht darum, dass man sich zum Grillen treffen muss unbedingt. Wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir. Das kann man nach einer oder anderen weiter. Das schließt das andere ja nicht aus. Aber sondern dass man halt auch, jeder hat ja seine Erfahrungen mitgebracht dahinter und jeder hat seine eigene Story dafür zu erzählen. Und das ist halt das Wichtige, was ich mir hierfür hoffe. Ja, ich denke mal, das war schon mal ein guter Startschuss. Man hört, glaube ich, raus, dass wir irgendwo alle dasselbe Ziel verfolgen. Das war dann definitiv mehr Information an den Mann und an die Frau bringen wollen. Und ja, was wir uns dann für die nächste Episode gedacht haben, so als kleiner Ausblick oder wie man im neumodischen Bereich ja mittlerweile sagt, Sneak Peek, vorstellen möchten. Wir würden gerne uns auf das Thema Security fokussieren. Wie wir halt alle wissen, ist es halt ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema in allen Bereichen, was uns alle betrifft. Und da wollen wir einfach mal schauen, was gibt es da, was gibt es da am Markt? Wie interagieren vielleicht die Produkte auch natürlich zusammen? Der eine oder andere wird da sicherlich auch aus dem Nähkästchen plaudern können. Von daher denke ich mal, auch die nächste Folge wird sicherlich wieder sehr spannend und interessant werden. Ja, ich würde dann mal sagen, vielen Dank für eure Zeit. War eine Freude und wir sehen uns bei der nächsten Digital Work Stories Folge. In diesem Sinne, Moin und bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.